Hallo, liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier mittendrin in Frankreich auf der Autobahn mit unseren Spanplatten nach Le Mans in der Nacht, wie ihr sehen könnt. Und haben noch 364 Kilometer vor uns. So weit, so gut. Geld verdienen steht oben an, um möglichst Strafzettel zu vermeiden. Ist das wieder in der Mautstelle oder was? Ne. Ne, wir fahren da oben drüber. Ja. Ja, wir fahren Gott sei Dank oben drüber. Passt. Ja gut, der Streckenprofil ist jetzt nicht so aufregend, ich weiß. Ziemlich viel geradeaus. Und in der Nacht sieht man halt nicht so viel, das stimmt. Aber es gehört dazu, zum Fahren. Oh, der Trucking da immer noch hinter dem her. Hinter zwei sogar. Okay, dann muss ich jetzt mal überholen wieder. Oh, was ist da los? Baustelle da jetzt nicht. Ich mach jetzt noch ein bisschen. Okay. 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 Und jetzt kann's losgehen. Okay. Noch einer. Oh, Baustelle, oder? Kann ich alle links blinken? Ja. Kommen wir mal hinter dem her. Ok. So, jetzt aber. Können wir Schwung haben. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Mit viel Schmackes hier vorbei. So läuft es richtig. Sehr gut. Perfekt. Ah, jetzt kommt die nächste Maustation schon wieder. So aussieht. Tanken müssen wir nicht. Pause machen auch nicht. Ne. 240 Kilometer noch. Der muss aber raus anscheinend. Ok. Ja. Da vorne ist die Maustelle. Da vorne ist die Maustelle. So. Einfädeln. Da haben wir es mal hin. Ähm. Ja. Servus. So und jetzt. Weiter geht's. Ja. Bitte links halten. Mach ich. Da geht's lang. Genau. Links halten. Palais in Paris die Richtung. 310 Kilometer. 310 Kilometer. 310 Kilometer. 310 Kilometer. Zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ich hoffe etwas interessantes. Ja ja. Da fahren wir drinnen. Foto müssen wir doch machen. Da fällt man gerade ein. Das machen wir aber dann, wenn man jetzt hell ist. Hallo! Der Ander ist drauf! Schneidet mir hier den Weg ab oder das? Ich glaub dem geht's doch gut. Lass links halten. Okay. Langsam hier hoch. Schwung hier hoch. So. Weiter geht's. Jetzt zieht sich schon die Strecke. So vom Gefühl her. Käse. Schon wieder eine Maut. Ach Leute. Die knöpfen hier das Geld ja wirklich ab von allen. Wahnsinn. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Zahlt, okay. Bitte links halten. Ja, da steht Limon. Sehr gut. 135 noch. 135 noch. Drei. Schleifft. Ja. Schleifft. Tirifft. engson. Drei. Hans. Schleifft. Untertitelung des ZDF, 2020 Joa, was soll man sagen, ne? Ist halt so. Ah, die Mauer, da sind wir. Ah, sehr gut. Er blickt schon. Bitte links halten. So, richtig. Ja, komm. 80 Kilometer, das sieht gut aus. Du musst keine Umleitung mehr, ne? Das habe ich schon mal gehabt. Braucht jetzt kein Mensch. Ja. 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 So, ich zickele mich da. Willkommen. So, ich zickele mich da. 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 Und jetzt? Weiter, oder? Ja. Wahnsinnig vergessen hier. Ich bin hier in der Mautstelle. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. So. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Erster Aufenthalt. Okay. Okay. Oh, da geht's zu. Freunde, 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 Freunde. So. 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 So, wohin mit den Spanplatten? Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, 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 sie. So, wohin damit? Ah ja, so nehmen wir das. So, halt. Mal schauen, dass wir da rumkommen. Ja, sehr gut. So, jetzt hier weit ausholen. Stopp. Jetzt hier rüber. Mal schauen, dass wir da rumkommen. Mal schauen. Ja, komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Ja, Werkzeug aufsuchen und das mache ich gleich. Stopp. So, T. Fertig. Abseiteln. Fertig. Aus. Verbei. Ausgezeichnet. Abzüge in der B-Note. Nein. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.